Die Sommerspiele haben begonnen. Und hier sehen wir eine schöne Liefung. Und direkt mal zwei schöne Sachen bekommen. Zwei Siegerposen. Finde ich schon mal sehr geil. Mal schauen. Und die hier. Nett. Ja. Wollte ich kurz mal aufmachen. Ich bin Gold wert. Okay. Und die Zeit nun. Ja. Das haben wir frei gekriegt. Wollte ich nur mal kurz gezeigt haben. Und damit ist das Video leider auch schon wieder vorbei. Sorry, dass es nur so kurz ist. Aber wenn ich weitere Kisten habe, dann machen wir die natürlich wieder auf. Ich wünsche euch viel Spaß bei den Sommerspielen von Overwatch. Bis später.